Lügen. Ja, also Lügen, finde ich, geht gar nicht. Natürlich mal so eine kleine Notlüge. Ich glaube, da kann sich keiner von frei machen, dass er die nicht schon irgendwie mal mit untergebracht hat. Aber so vom Grundsatz her, also große Lügen, finde ich nicht in Ordnung. Mir persönlich ist eigentlich die Wahrheit wirklich immer lieber, auch wenn sie manchmal noch so hart ist. Vielen Dank.